Hallo meine lieben Fans, ich bin hier am 24h Rennen von Hermon. Es ist mein erstes Mal, es wird für mich etwas sehr sehr spezielles sein. Ich bin gestern schon unter das erste Qualifying gefahren. Es war sehr sehr interessant in der Nacht. Und ja, ich hoffe ihr drückt mir die Daumen und toi toi toi.